Loris Karius mit unbekannter Auf-Tuch-Fühlung Tja, so schnell kann's gehen. Knapp drei Jahre lang waren sie zusammen, jetzt ist alles aus. Loris Karius, 27, und Sophia Tomala, 31, haben sich getrennt. Schuld daran scheint ein heißer Flirt mit einer schönen Unbekannten zu sein. Auf einer Yacht auf Mykonos ließen es der Torhüter und die knapp bekleidete Dame nämlich so richtig krachen, Fummeleien und heiße Küsse inklusive. Er kann seine Hände nicht von ihr lassen. Eng umschlungen und knutschend liegen Loris und seine neue Flamme unter der griechischen Sonne und lassen sich durchs Meer schippern. Aber nicht nur auf der Liege wird wild geknutscht, auch im Stehen kann der 27-Jährige einfach nicht seine Finger von der Frau im Tiger-Bikini lassen. Da nimmt man N einfach den Kopf der Angebeteten in die Hand und drückt dem Flirt einen feuchten Schmatzer auf. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020